Wollen Sie 30% Strom sparen, Ihre Pflanzen besser wachsen lassen und allgemein ein schöneres Wohnfühl, Raumklima in Ihrem Haus haben, dann ist das für Sie. Bauen Sie Ihr eigenes EM-Energiefeld auf. Das ist der Tipp von Professor Higa aus Japan. Also unser 82-jähriger Professor Teru Higa, der EM entdeckt hat, weltweit in die Anwendung gebracht hat, der hat konstant neue Ideen und fordert die, die ihm immer noch zuhören, wie uns täglich neu heraus und eine neue Herausforderung, die seit ein paar Jahren aus Japan zu uns herüberschwappt, ist Aufbauen von EM-Energiefeldern. Und da wird es jetzt richtig esoterisch, wenn wir hier von den ganz normalen Mikroorganismen sprechen, die sind lebendig, die produzieren Vitamine, Antioxidantien, die fressen Giftstoffe auf, alles bekannt, sind gesund, tausend Anwendungsmöglichkeiten von Trinken bis Kläranlage bis Putzen und was weiß ich. Alles physikalisch, chemisch, mit unserem herrschenden Weltbild gut nachvollziehbar. Worüber wir heute reden, ist definitiv nicht im klassischen physikalischen, chemischen Weltbild nachvollziehbar. Da reden wir über Sachen, die wir noch gar nicht richtig erklären können, wo wir eigentlich ganz klar sagen können, das dürfte nicht funktionieren. Es funktioniert trotzdem, sehen wir jedenfalls in der Praxis immer wieder ganz oft und wie gesagt, der Professor Jäger verwendet seine 50-jährige Karriere darauf, dass das funktioniert und empfiehlt uns allen EM-Energiefelder aufzubauen. Das hat Peter Mau, der Autor und EM-Journal und EM-Vereins-Württner usw. bei uns auf dem Vortrag erzählt, auf dem Erdbeerfest. Das Video ist online, kann man sich nochmal anschauen und verlinken, werden wir verlinken. Und es ist, das war für uns auch nochmal, ja, da müssen wir jetzt irgendwas machen, um erstens das Thema für die, die es wollen, ganz klar, Wenn Sie sich nur mit den klassischen EM-Anwendungen aufeinandersetzen wollen, wunderbar, freuen wir uns, machen Sie es in die Silage, machen Sie es in die Kläranlage, machen Sie es beim Garten gießen oder putzen oder Gesundheit, reicht uns völlig aus. Wenn Sie damit zufrieden sind, machen Sie das so, wenn Sie sagen, ich will einen Schritt weiter gehen und will in diese energetischen Aspekte reingehen, dann ist dieses Video heute für Sie. So, genau. Und dazu haben wir, um das zu vereinfachen, um das Konzept überhaupt erstmal bekannt zu machen, um das verständlich zu machen, wie einfach das ist, haben wir ein EM-Energiefeld-Set zusammengestellt fürs Haus, beziehungsweise für die Wohnung oder Apartment. Und zwar haben wir erstens, das sind die ganzen grauen Beutelchen hier, wir haben EM-Keramikpulver in 40 x 25 Gramm Beutelchen abgefüllt und die werden wir im Haus oder an strategischen Stellen verteilen. Wir haben EM-Keramikröhrchen, also Nanoform von EM-Keramik, 2 x 100 Gramm, die man auch an strategischen Stellen verteilen kann. Dann haben wir ein paar Aufkleber dazu, wo man das EM-Keramikpulver, das sind jetzt Triaterra-Aufkleber, das sind Außenaufkleber, also die auch richtig gut bei Wind und Wetter halten, aber die sehr gut kleben, die man auch auf zum Beispiel Fritzbox, Smart TV, Tablets, Computer raufkleben kann, um da für eine gute Schwingung zu sorgen. Wir legen noch ein paar kleine Kabelbinder rein, damit man diese Röhrchen eventuell um Stromleitungen und so machen kann. Und wir packen noch eine Flasche Triaterra-Honig zum Sprühen im Haus und putzen und eine Flasche Triaterra mehr zum Pflanzen gießen und für EM-Anwendungen im Haus mit rein, um zu simulisieren, was man damit alles machen kann. Damit können wir tatsächlich erstmal das ganze Haus nach diesem EM-Energiefeld-Konzept, EM mit EM-Graviton-Technologie, wie Professor Jäger das nennt, harmonisieren. Und warum sollte man das tun? Die, ja, man müsste sich mal die Videos angucken, die Pitmao so gemacht hat, teilweise von Professor Jäger aus Japan. Im Wesentlichen sagt er, wir kriegen eine aufbauende, eine regenerative Schwingung. Ja, es sind diese ganzen schwammigen Begriffe, es tut mir leid. Wir kriegen eine aufbauende, regenerative Schwingung, ein aufbauendes Feld. Und er spricht da auch von Graviton-Energie, von 2D, 3D-Feldern, Schwingung, von Effekten, von Schichten, von Layering, dass man das immer, immer wieder macht und immer weiter verstärkt. Und er bedient sich in seiner Terminologie, der Professor Jäger, bei der Quantenmechanik, bei Graviton-Technologie, bei, ja, aber auch bei diesen ganzen Schwingungseffekten, die, ja, die so in der Esoterik so schön berühmt und bekannt sind und worüber alle den Kopf schütteln, wenn sie ein bisschen naturwissenschaftliches Verständnis haben. Das hilft ihnen aber nicht, weil die Effekte sind ja da. Sie können gerne den Kopf schütteln und dann lassen sie das alles weg. Beschäftigen sich damit aber, und auch für mich, durchaus eine Herausforderung. Ich habe ja ein ganz gutes naturwissenschaftliches Verständnis und Ausbildung. Das geht so meilen, weil darüber hinaus, das ist anstrengend. Es ist schwierig, in diesen neuen Dimensionen zu denken und damit zu arbeiten. Die funktionieren auch nicht so zuverlässig wie ein Hammer auf den Nagel. Da gibt es ganz viele Nebenfaktoren bis hin zu dem, der das macht. Die menschliche Person, was die dabei denkt und fühlt und unternimmt, wie oft man das macht, was der Nachbar, was drumherum ist für Felder und so weiter. Also ganz viele Nebenfaktoren. Es ist also keine Wissenschaft, erwarten Sie nicht. Sie machen das heute Morgen, haben Sie die Ergebnisse fertig, aus, abgeheftet, Garantie. Das ist es nicht. Es ist ein Experiment. Sie können das Experiment machen mit uns, testen, was es bei Ihnen auslöst, im Haus, bei Ihnen selber vielleicht, bei Ihrer Stromrechnung. Hier wird es interessant, denn tatsächlich ist die Behauptung von Professor Higa, dass Sie damit 30 Prozent Strom sparen können. Wenn Sie das EM-Energiefeld in Ihrem Haus oder um elektrische Geräte und so aufbauen, das stand sogar an seinen Büchern drin, vor einigen Jahren, dass, wenn man EM-Keramikpulver in den Kunststoff von elektrischen Geräten wie einen Mixer oder so drin hätte, dass Sie dann 30 Prozent weniger Strom verbrauchen. Das hat er schon vor langer, langer Zeit behauptet. Er schweißt ja die Sachen einfach mal so in die Welt. Also er kümmert sich ja teilweise, muss man sagen, recht unwissenschaftlich, nicht darum, jetzt Sachen ordentlich zu beweisen und ganz konservativ zu sagen und so. Nein, er hat eine Idee, er probiert was aus, es funktioniert bei ihm und dann posaunt er das in die ganze Welt hinaus, ohne das jetzt noch 100 Mal zu testen. Also von daher, ja, das ist ganz klar nicht wissenschaftlich seriös, hundertprozentig, peer-reviewed, was weiß ich, getestet. Das sind Anekdoten, das sind Geschichten, das sind Erfahrungen von Landwirtschaftsbetrieben in Japan und Erfahrungen, jahrzehntelange Erfahrungen von Professor Higa. Wenn das für Sie reicht, dann nehmen Sie mit an dem Experiment teil. So, und jetzt gehen wir mal rum und zeigen, was wir damit machen. Und zwar im Wesentlichen werden wir diese Keramiktütchen an strategischen Orten verteilen. Und zwar, das ist dann auch in der Anleitung beschrieben, wie man das zum Beispiel machen kann. Und zwar, ganz interessant, sind immer da, wo Sachen fließen. Sei es eine Wasserleitung, sei es eine Stromleitung, Strom ist natürlich das Entscheidende, wenn wir Strom sparen wollen, klar, müssen wir alles Stromsachen damit behandeln. Dann alle großen Stromverbraucher, Stromkabel, Heizkessel, Kühlschrank, Gefriertunen, Boiler, Staubsauger vielleicht. Dann Rohre sind interessant, Wasserleitung, Heizungsrohr, Gasleitung, Ölleitung, Internet, Kabel, Computer, Fritzbox, also alles, was WLAN hat, was stark elektromagnetisch strahlt, ist auch interessant damit zu bearbeiten. Und als letztes eben tatsächlich auch einfach sprühen und damit gießen und damit putzen. Das ist tatsächlich wichtig, um diesen Effekt immer wieder neu anzuregen. Dieses Layering, immer neue Schichten, diese Information immer wieder auffrischen. Am besten täglich vielleicht auch selber einen Schluck EM bringen oder täglich damit putzen oder, keine Ahnung, das in die Geschirrschmaschine, in die Waschmaschine machen. Das hat immer wieder den Effekt, das ganze Feld im Haus, in der Wohnung auch wieder anzuregen. Also es ist nicht so, wir müssen jetzt genau so machen. Seien Sie kreativ, sondern Sie können das auf ganz viele Art und Weisen, dieses EM-Energiefeld aufbauen und unterstützen und immer wieder verstärken und mit der Zeit immer stärker und stabiler und wachsender werden lassen. Und mit Sicherheit ist es auch kombinierbar mit anderen Energiefeldtechnologien. Gibt es ja zig verschiedene, der sich in dem Bereich schon mal umgetan hat. Das ist alles komplementär. Die heben sich nicht auf, sondern wenn, dann werden die wahrscheinlich zusammenarbeiten und gemeinsam diese regenerative Energie stärken. Okay, und jetzt machen wir einen kleinen Rundgang ums Haus und gucken mal, was wir alles entstören. Erster, wichtigster Punkt, Energiezentrale im Haus, sprich der große Sicherungskasten, der Stromzähler. Da wollen wir gleich, wenn die Energie ins Haus fließt, optimal die Energie gleich optimal mit, ja, in der richtige Schwingung bringen, in das richtige Feld bringen. Und der Prof. Higa spricht auch davon, dass die Elektronen dann gleichgerichtet werden, dass die widerstandsfreier fließen. Dadurch kommt dann auch eine Stromersparnis wohl zustande. Und warum das so ist, warum das vorbeifließende Elektronen an dem EM-Keramik irgendwas bewirken sollte, ich weiß es doch auch nicht. Aber so, was ist EM-Keramik überhaupt? EM-Keramik, das könnten wir auch nochmal kurz erklären. EM-Keramik ist, ja, als Pulver, als Röhrchen oder auch noch als größere Big Pipe und so weiter, ist Ton, also ganz normal Ventimid-Ton, der mit EM versetzt wird und mit EM fermentiert wird, teilweise über mehrere Monate und dann gebrannt wird. Also mit einem trockenen Tonpulver, dann vermischt das mit EM, lässt das eine Weile liegen und dann brennt man das typischerweise bei 1200 Grad, gibt auch andere Temperaturen und dann wird es im Falle von Pulver gemahlen, gibt es dann auch verschiedene Anbieter, verschiedene Tone, dann wird es mal hell, mal dunkel, wir haben hier eine Mischung aus hellem und dunklem EM-Keramikpulver. Und die ursprüngliche Idee war, dass man das EM einbrennt und dass es irgendwie diese Struktur, also ganz ursprünglich war es so, dass Professor Higa in Japan Flüsse, Bäche und so weiter behandelt, hat mit EM, einfach 1000 Liter Container, teilweise elf Stück, an den Bach, ans Ufer von solcher Bäche oder Kanäle gestellt hat und das den reingetropft hat die ganze Zeit und das ist ja relativ aufwendig. Dann hat er sich gesagt, gibt es nicht irgendeine Variante EM dauerhaft in das Material, also in irgendein Material einzubringen, dass es immer wieder rauswäscht, hat das mit Schwämmen, mit Holzkohle, mit Ziegel probiert, aber das wäscht sich eben relativ schnell wieder sauber und dann hat er, weil er da gleichzeitig damit experimentiert hat, wie viele Temperaturen die eigentlich überstehen, hat er gesagt, brennen wir die doch einfach mal ein und hat die in Keramik, in Ton eingebrannt. Und es hat jetzt nicht ganz den starken Effekt, wie die lebenden Mikroorganismen, das ist nochmal was anderes, aber es hat sich gezeigt, Mensch, das Wasser schmeckt feiner und weicher und die Kanten wachsen besser. Wir haben weniger Faulschlamm und Gerüche, wenn wir das zum Beispiel in eine Zisterne machen oder in eine Blumenvase. Und ja, wir haben seltsame Effekte und diese Effekte gehen zum Beispiel auch über eine gewisse Distanz. Also wir haben tatsächlich irgendwie so eine Feldwirkung, das war eigentlich nur der Anfang. Und das wollen wir jetzt hier machen und mit dieser EM Keramik als einfachste Variante einfach in die Tütchen und das Sicherungskasten, also hier habe ich schon mal zwei Tütchen einfach oben drauf gelegt auf den Stromzähler, dann habe ich hier die Hauptabsicherung, da habe ich auch nochmal drei auf jedes Sicherung quasi die Tütchen drauf gelegt, dann habe ich hier einen meiner Hauptsicherungskästen, da habe ich auch zwei Stück drauf, hier auf dieses ganze Kabelgewirr, hier ist nochmal ein kleiner Sicherungskasten. Ja, das ist eigentlich schon mal die wesentlichste Sache und dann gehen wir auch mal rum und gucken, wenn es noch alle möglichen Nebensicherungskästen gibt, die werden wir auch noch behandeln. So, noch ein paar Nebensicherungen bei uns auf dem Dachboden. Es ist ja erstaunlich, wo überall sich noch so kleine Absicherungen und sonst was alles befindet. Das hier müsste teilweise die die Werkstatt drüben sein und unsere Scheune. Und da klemme ich das hier einfach so rein, dass es nicht rausfällt zwischen die, Kabel und dahinter so ein bisschen und hier auch. Ja, wo immer man das reinkriegt. Die Variante wäre auch hier in den Kasten rein. So, da fällt es auch erstmal nicht raus, dann haben wir auf jeden Fall da den Strom von allen Seiten nochmal mit ihrem Keramik harmonisiert. So, das ist auch eine der, ja wie soll man sagen, Elektrosmog-Strahlungszentralen im Haus. Wir haben tatsächlich zwei Boxen, aber nur eine davon ist im Normalfall als WLAN-Box an. Eine mit Glasfaser, eine mit Telefon, dann haben wir hier noch einen Fax, dann haben wir hier diese wunderschönen strahlenden Transformatoren, die auch ein starkes elektromagnetisches Feld haben. Und da kann man also jetzt natürlich durchdrehen und richtig sowohl einfach vielleicht eine Tüte drauflegen. Das ist schon mal ein Anfang. Aber wir sehen, ich habe hier sogar EM-Keramik-Röhrchen rumgebastelt, schon seit vielen Jahren. Das habe ich schon vor langer, langer Zeit gemacht und tatsächlich haben wir sogar noch, kann man das da erkennen, und drauf sogar einen Aufkleber mit EM-Keramik noch drauf. Das zeigen wir auch gleich nochmal, wie das funktioniert. Also das sind wirklich die Strahlungszentralen, wo man sagt, ja da kann auf jeden Fall fließt ja auch nicht nur, also dass wir eine WLAN-Strahlung haben und ein weites, zig Meter weites Feld davon, sondern auch die ganze Information, die da durchfließt und so weiter. Also da ist auf jeden Fall was unterwegs. Da können wir ganz massiv auch mit EM-Keramik was harmonisieren. Wir zeigen gleich mal, wie man diese Aufkleber macht. Das ist tatsächlich so, wie kamen wir überhaupt auf die Idee, also schon vor vielen Jahren, bevor Higa das so exakt gesagt hat, wie man das machen soll, oder anders, dass er hat also schon Elektrosmog-Behandlungen, gab es schon von Higa, da gab es so eine kleine Aufkleber aus Japan, vier Stück, 20 Euro. Und wenn man sich das mal genau durchgelesen hat und verstanden hat, dann war das einfach so ein bisschen Aufkleber mit EM-Keramik-Pulver. Das ist ja so ein bisschen, wirklich nur, also nicht mal Gramm, wir reden hier von ein paar Hundertstel Gramm EM-Keramik-Pulver in diesen Aufkleber, in den Kunststoff da teilweise mit verarbeitet hatten. Und das war dann der der Anti-E-Smog-Aufkleber. Messbar ist da nichts. Das heißt, dass nicht jetzt, können ja nicht normalerweise ein E-Smog-Messgerät reinhalten und sagen, die Strahlung ist aber geringer geworden. Was aber vermutlich passiert, wenn man es sich jetzt wieder erklären will, so EM-Keramik sind Tonminerale. Tonminerale sind wie eine Antenne, positiv, negativ geladen, nehmen mit Begeisterung elektromagnetische Strahlung auf, absorbieren die, geben die aber auch wieder ab, wie eine Antenne. Und wenn sie die abgeben, geben sie natürlich verändert ab. Das heißt, sie prägen ihre eigene Struktur, ihre eigene Information damit drauf. Und das heißt, jetzt haben wir zwar immer noch WLAN mit einer tendenziell lebensfeindlichen Schwingung vielleicht, aber jetzt haben wir zusätzlich parallel oder da überlagernd EM-Ton-Keramik-Schwingung, die das WLAN mit angeregt hat, wieder abgegeben wird und die jetzt diese Lebensschwingung mit transportiert und vielleicht sogar das ganze Ding umdreht. Der Rolf Borg, damals so ein Routengänger und Hauseinstörer, Hausharmonisierer, der hat gesagt, ja mit EM-Keramik kann man auf jeden Fall die Information, also dieses Lebensfeld schon mal ins Neutrale bis Positive drehen, nur mit Keramik. Ganz simple, simple Hauseinstörungen, die normalerweise können Sie sich mal auf dem Markt umgucken, tausende Euro kostet, kann man hier für bei uns mit dem Set für 100 Euro oder 99 Euro hinkriegen oder wenn man das sogar noch mit eigenen Materialien macht für noch weniger Geld. Einfach nur das Prinzip verstanden hat. Wir zeigen gleich mal, wie man so ein Apparat entstört. Ja, tatsächlich muss man sich mal eine halbe Stunde hinsetzen am Schreibtisch mit Ruhe, man braucht eine Schere, man braucht Klebeband, sowas hier zum Beispiel, oder unsere Triaterra Aufkleber und ein bisschen EM-Keramikpulver, davon brauchen wir sonst wenig. Und dann kann man mal zum Beispiel seine Handys entstören, Smart TV, Laptop, Computer kann man auch, also wenn man Desktop richtig Computer hat, auch ein Aufkleber drauf machen. Und die Idee ist wirklich, eine Messerspitze oder noch weniger von dem EM-Keramikpulver, bisschen verteilen auf dem Gerät, Aufkleber drauf, das reicht. Das ist das Gleiche, was die EMRO da teilweise als Anti-Elektrosmog-Aufkleber verkauft hat. Und tatsächlich haben wir damals, als es noch die alten Röhrenbildschirme gab, so lange war das schon her, da haben wir mal diese Keramik auch an die vier Ecken des Bildschirms gemacht und hatten den Effekt, dass dann diese totale Augenermüdung und Kopfschmerzen nach ein paar Stunden, wenn man auf diese Bildschirme geguckt hat, dass das nicht mehr ist. Heute nicht mehr ganz so krass, weil die Bildschirme jetzt nicht mehr ganz so strahlen. Aber genau, also wir wissen tatsächlich, dass es auch ganz praktisch funktioniert, mit EM-Keramik solche Strahlung und sowas zu entstören. Und jetzt werden wir das noch mal kurz praktisch vorführen. Vielen Dank. Hier sind wir bei einer weiteren Hauszentrale, wo ganz viele Energien fließen, ganz sprichwörtlich. Nämlich hier haben wir, man kann das hier unten so schön sehen, unseren Gas-Heizkessel. Ginge aber genauso mit dem Öl-Heizkessel oder anderen. Das heißt, hier haben wir unseren Vorlauf-Rücklauf von den Heizungen. Also die Heizungsrohre, die die ganze Zeit durchflossen sind. Das ist immer interessant, auch für diesen Leeren, diesen Schichteffekt, um das immer wieder zu verstärken, dass die Sachen die ganze Zeit im Kreis laufen. Das wissen wir auch von EM-Anwendungen. Wenn es da die ganze Zeit im Kreis läuft, dann verstärkt sich das immer und immer mehr. Da sind so Kreislaufanlagen perfekt. Hier auch. Und Sie sehen, ich habe da schon einiges gemacht mit denen, also schon vor vielen Jahren, mit den Sachen. Also hier haben wir einmal den Heizkreislauf vor Rücklauf. Dann haben wir Kaltwasser rein, Warmwasser raus und dann haben wir die Gasleitung. Und die kann man alle und sollte man alle einmal mit, ja man könnte da auch EM-Keramiktütchen hinter klemmen oder so, wäre auch eine Variante. Aber dafür eignen sich wunderbar diese EM-Keramik-Röhrchen. Da können Sie hier, ja vielleicht zehn Stück oder so, vielleicht sogar ein bisschen zu viel, acht Stück. Ein Draht werden Sie garantiert im Haus finden. Geht auch ein Kabel oder so oder ein Band. und dann entsprechend. Mal gucken, dass wir hier einmal rumkommen. Hier. Da brauchen wir noch. Da brauchen wir noch zwei. Und dann einmal rum hier. Das Schöne am Draht ist, dass ich den gleich verzürmen kann. Und der ist da für die nächsten hundert Jahre fest. Den Draht liefern wir nicht mit. Da hoffen wir, dass Sie den im Haus haben. Aber das können Sie um Ihre sämtlichen Rohre, auch die Wasserleitung, die ins Haus reinführen. Da kann man sich sogar noch ein bisschen mehr nehmen. Da kann man tatsächlich die ganze, das ist eine ganz einfache Variante, quasi EM-Keramik-Hauswasser zu bekommen. Das haben wir tatsächlich auch in unserer Brunnen- und Hauswasserleitung. Teilweise kann man da diese 500 Gramm EM-Keramikröhrchen auf einen Schlag nehmen, je nachdem wie viel da durchfließt am Tag. Und die auffädeln auf dem Sehne oder Band oder Draht und mehrfach um so eine Hauswasserleistung rumwickeln. Also bei der Hauswasserleitung tatsächlich interessant eben da ein ganzes 500 Gramm Paketröhrchen, da sind 300-350 Röhrchen drin, auffädeln. Einmal komplett rumwickeln, dann hat man tatsächlich, ja es wirkt durch die Leitung durch, was soll ich sagen. Schön ist natürlich, wenn es einen direkten Kontakt hat. Man kann es auch in Filter oder so reinbasteln, wenn man da was für ein Zwischenstück hat. Aber wenn nicht, ist es tatsächlich eine Variante und es funktioniert wunderbar, das Außen um die Hauswasserleitung rumzuwickeln. Wenn Sie das tun, gucken Sie sich mal an, ob sich in Ihren Leitungen plötzlich Kalk und Rost löst. Ganz typischer Effekt, wenn Sie anfangen so ein Haus, eine Anlage, so eine Leitung zu entstören, dass sich alte Ablagerungen aus diesen Leitungen lösen. Ganz klassisch, bei mir war es damals auch ein Haus, das ich damals in Gelto hatte, also wo ich eine Wohnung gewohnt habe. Und dann habe ich da auf die Wasserleitung und so auch überall Entstörungen drauf gemacht. Noch eine andere Art als EM interessanterweise, aber das hat auch funktioniert, mit EM geht das genauso. Und dann löste sich aus diesen ganzen Leitungen der Kalk und hat mir sämtliche Wasserhähne verstopft. Und tatsächlich habe ich das selber beobachtet und das wird auch immer wieder berichtet. Wir haben das beim Landwirt auch gemacht mit dem gleichen Effekt. Einfach um die Wasserleitung außen rum gewickelt, beziehungsweise ein Apartmenthaus entstört. Und dann hatte sich eben aus allen Leitungen der Kalk gelöst, kam so ein Grießkalk dann in den Wasserleitungen. Über hier musste man alle Wasserhähne abschrauben und den Filter leer machen von dem Kalk, der da ankam. Und tatsächlich hatte die Anzahlungsanlage auch nicht mehr funktioniert, weil da drin auch irgendwie ein Filter war, der dann verstoppt war mit dem ganzen Kalk. Da musste dann sogar mal der Techniker kommen und das kurz durchspülen. Ja, also Rost ist auch typisch, dass dann so ein Rohr vielleicht schon extrem verrostet ist und dass das ein paar Tage, Wochen sich aus so einer Leitung dann der Rost löst, wenn man angefangen hat so zu entstören. Also das wäre so ein Hinweis, aha, ich habe überhaupt keine physische Sache verändert, habe nur außenrum ein bisschen Keramik gewickelt. Und plötzlich haben sie solche Effekte, dass es dann mitunter ganz überzeugend zu sehen, was da passieren kann. War für mich jedenfalls ein ganz schönes Aha-Erlebnis damals, dass ich dann im Nachhinein verstanden habe, warum das passiert ist. Genau, ja, und eine nächste Variante, die sich jetzt zum Beispiel bei unserem Laptop haben, ist, dass man auch mit den Kabelbindern, die wir mitgeliefert haben, da schafft man es gerade so, fünf EM-Keramikröhrchen drüber zu machen und dann zum Beispiel an so einem Verteiler oder eben ein Stromkabel für einen Staubsauger, für einen Computer und dergleichen Kühlschrank, dass man da auch eine Entstörung des Stroms da an der Stelle, eine Harmonisierung erreicht. Und ja, ansonsten wäre noch eine Variante, wir können ja mal an meinen Kühlschrank gucken. Da haben wir auch ein EM-Keramikstück, das steht hier dann einfach mit im Kühlschrank drin. Das ist jetzt ein BigPipe, der ist nicht Teil des Pakets, aber man könnte stattdessen auch zwei, drei Tütchen mit in den Kühlschrank packen und hätte auch den Effekt, dass die Luft im Kühlschrank frischer riecht, dass die Lebensmittel sich länger halten und ja, dass er sich teilweise leichter reinigen lässt und wahrscheinlich auch weniger Strom verbraucht, weil er eine bessere Energie hat, der bessere, harmonischer, widerstandsfreier läuft. Meine Vermutung übrigens ist vor allen Dingen, dass Elektromotoren weniger Energie verbrauchen. Okay, ja, das waren unsere Anregungen, wie man mit unserem EM-Hausharmonisierungsset vielleicht seine Wohnung, sein Haus auf diese Schwingung bringen kann. Und um diesen Leon, das macht man halt einmal, man geht einmal rum, verteilt das überall und kann es dann im Grunde die nächsten zehn Jahre vergessen. Aber was man nicht vergessen sollte, ist es ab und zu mal diese EM-Energie auch so ins Haus zu bringen, zum Beispiel, indem man das trianthera Honig 1 zu 10 verdünnt auch mal im Haus versprüht. Wunderbar hier mit unserer Sprühflasche, Foxy plus Sprühflasche oder auch mit einer kleinen und einfach mal den ganzen Raum aussprüht. Das ist man einfach mal an alle Ecken für ein angenehmes Raugefühl gegen Schimmelgerüche, gegen Wurfigkeit, wenn geraucht wurde, wenn Brand war, dann zum Beispiel was aussprüht. Und das ruhig jede Woche, wenn man das sich angewöhnt. Interessant ist auch, das beim Putzen zu verwenden, dann hat man sowieso jede Woche ständig immer wieder drin und hat immer wieder diese, ich will sagen, Erinnerung, immer wieder diese Steigerung, diesen Schichteneffekt, diesen Layering-Effekt, wie Professor Higer sagt, dass die Wirkung dann immer wieder angeregt und verstärkt wird. Zum Beispiel eben, indem man mal damit sprüht. Genauso, dass man damit gießt, die Pflanzen damit gießt und wirklich nur 1 zu 100 verdünnt, 1 zu 200 verdünnt und damit die Pflanzen gießen. Wenn man das, macht man ja auch jede Woche mal, im Dach hat man wieder diese EMs mit reingebracht in diesen Kreislauf. Sei es in der Geschirrschung, sei es in der Waschmaschine, wo man mal einen Schluck mit reinmacht und sich selber mal einen Schluck gönnen. Zweimal am Tag 20 Milliliter ein Schnapsglas nach dem Essen oder auch mal auf nüchternem Magen probieren, wie einem das gut tut. Und da bringt man auch EM mit ins Haus und stärkt diesen Nehmeffekt. Also all diese Sachen fürs Haus. Wir werden nochmal eine ähnliche Sache für den Garten machen. Steht hier schon teilweise mit auch dem Zettel drauf, wenn man sich da Anregungen holen will, wie man das im Garten umsetzen kann. Aber erstmal fürs Haus und wo doch unser Strom jetzt dank unserer kompetenten Regierung so wertvoll geworden ist, ist es doch eine Variante, da vielleicht mit einer guten harmonischen Energie gegenzuhalten und zu sagen, ich senke meine Stromrechnung mal auf diese Art. Ja, bis zum nächsten Mal. Packen Sie es an!